Also wir haben die Chance jetzt zuerst mal mitzumachen und ich muss sagen, es ist ein genialer Anlass und ich hätte nie gedacht, dass es so cool ist und dass da so viele Leute für so einen tollen Anlass motiviert zu werden können und das ist ein Muss, dass ein Gastronom, der einen Wert hat, auf sich da mitmacht.